Hallo Börsenfreude, heute schauen wir uns die Total Energy Aktie an, ein Energiekonzern aus Paris. Hier seht ihr aktuell das Headquarter der Firma in Paris. Hier blende ich euch mal den Google Finance Ticker ein, den könnt ihr in Google Search gerne eingeben. Dann seht ihr auch den aktuellen Kurs und die Dividendenrendite. Wir werden uns mal in diesem Video detaillierter anschauen, die Umsatzentwicklung, was bleibt ihr vom gesamten Umsatz, wo liegt der faire Wert aktuell aus der Bilanz QI 2,24 und wie sieht es aktuell im Chart aus. Viel Spaß mit dem Video. Hier haben wir die Umsatzentwicklung. Der Umsatz konnte ca. um 20% gesteigert werden, ca. um fast 34 Milliarden mehr. Aber das Betriebsergebnis konnte um 103% gesteigert werden, da haben wir eine Verdoppelung. Also wir haben an dieser Kostenstruktur gearbeitet, die Firma Total Energy. Und wir sehen auch, der Nettoumsatz, Abzüge, Steuern und Zinsen, konnte um 95% gesteigert werden. Also wir haben auf alle Fälle einen Zuwachs von 21 Milliarden Nettozuwachs in US-Dollar. Nun schauen wir mal die Marsche an, was bleibt ihr vom gesamten Umsatz? Wir haben ein Cross-Margin, das schwankt zwischen 34 und ca. 36%. Und wir sehen auf alle Fälle, dass wir aktuell auch unter dem 5-Jahres-Durchschnitt sind mit 34,9. Operate Margin, Betriebsergebnis vor Steuern und Zinsen, haben wir die Marge zwischen 9. Sogar einen Minuswert hatten wir im Jahr 2020. Höchster Wert war im Jahr 2022 mit fast 18%. Aktuell liegen wir mit 15,6. Über den 5-Jahres-Durchschnitt auf alle Fälle mal sehr gut. Aber es geht auch besser mit fast 18% im Jahr 2022. Mal sehen, wo der aktuelle Ölpreis ist, werden wir auch später sehen. Denn der hat einen wichtigen Faktor im Umsatz. Profit-Margin nach Steuern und Zinsen haben wir eine Marge zwischen ungefähr 10% und minus 6%. Aktuell liegen wir bei 10,11%. Höchster Wert über den 5-Jahres-Durchschnitt. Denn der lag bei 6,33%. Freier Cashflow im Verhältnis zum Umsatz gesetzt, haben wir einen Faktor von 9,9 aktuell. Da liegen wir über den 5-Jahres-Durchschnitt. Aber wir haben einen höheren Wert gehabt im Jahr 2022 mit 12%. Und im Jahr 2020, wo der Nettoumsatz negativ war, war der freie Cashflow sogar positiv mit 3,3%. Also wir sehen generell, dass die Total Energy zwar den Umsatz gesteigert hat, Betriebsergebnis um 100% höher liegt wie aus dem Jahr 2019 und nettomäßig haben wir auch einen Zubachs von 95%. Auf alle Fälle bleibt mehr über wie aus dem Jahr 2019, obwohl der Umsatz nur um 19% gesteigert wurde. Dividende. Die Dividende konnte für uns Aktionäre, das passive Einkommen, um 14,6% gesteigert werden. In dieser Zeitperiode. Wichtig ist auch, dass der freie Cashflow, das Verhältnis Payout zu Dividende, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und da stellen wir fest, dass wir ein Payout haben, aktuell von 36,17%. Höchster Wert war im Jahr 2020 mit 167%. Und von den Earnings per Shares hatten wir im Jahr 2020 keinen Wert. Da haben wir mehr ausbezahlt, als die Earnings per Shares sind. Und aktuell liegen wir beim Payout bei 37%. Das heißt, wir liegen aktuell unter dem 5-Jahres-Durchschnitt bei Earnings per Shares und beim freien Cashflow. Das Dividende ist auf alle Fälle mal safe, sogar die Steigerungen sind leicht finanzierbar. Hier nochmal grafisch eingeblendet, die Earnings per Share zur Dividende. Hier der freie Cashflow zu den Earnings per Shares. Wie man sehen kann, sind die Dividenden leicht bezahlbar, aber im Jahr 2020 nicht. Hier haben wir die Passivseite, Geldgeberseite. Wir sehen, dass die Verschuldung sich um 3,5% erhöht hat, die Gesamtverschuldung. Die langen um 6,8% und die teuren, die kurzen um 17,2%. Das Eigenkapital läuft seitwärts mit 0,5%. Steigerung, Aktienrückkaufprogramm. Die Stückzahl der Aktien wurden ca. 11% reduziert. Und der Buchwert pro Aktie ging um 12,5% nach oben. Der liegt aktuell bei 45,8 Euro. Auf alle Fälle mal sehen, wo der Aktienkurs liegt und der fairer Wert. Eigenkapitalquote, auch ein wichtiger Faktor, denn über 30% Eigenkapitalquote ist sehr gut für die Bonität. Und wir sehen, dass Total Energy, den niedrigsten Wert, hat im Jahr 2020 mit 36%, also wir liegen über 30%, aktuell mit 42%. Und im Jahr 2019 auch mit 42,7%. Das heißt, wir liegen aktuell am zweithöchsten Wert an der Eigenkapitalquote. Betriebsergebnis zu langer Bindlichkeit. Faktormäßig liegen wir auch immer unter 3%. Einmal im Jahr 2020 waren wir nicht unter 3%, weil das Betriebsergebnis negativ war. Aber sonst in allen anderen Zeiten optimal. Auch aktuell mit 1,3% sehr gut. Freier Cashflow zu langer Bindlichkeiten. Da liegen wir aktuell unter 3%, sehr gut. Im Jahr 2020 waren wir bei 15% und im Jahr 1990 sogar über 3%. Sonst waren die letzten Jahre 2021, 2022, 2023 unter 3%. Auf alle Fälle aktuell Bonität gut. Auch ein anderer Faktor ist, dass Bargeld auf der Aktivseite abzüglich der Gesamtverschuldung, also die Gesamtverschuldung minus den Bargeldbestand, haben wir den echten Verschuldungswert, weil das Bargeld die Verschuldung ja sofort auf 0 setzen kann. Das gegenüber dem Eigenkapitalgesetz haben wir den Faktor 1,18. Das heißt, wir haben nur 18% mehr Verbindlichkeit als das Eigenkapital. Das heißt, fast kam das Eigenkapital, das Verhältnis ist fast bei 50%. Auf alle Fälle mal sehr gut. Und der Faktor war immer unter 2% in den ganzen Jahren 19, 20, 21, 22 und 23. Freier Cashflow ist auch ein wichtiger Faktor. Da liegen wir leider über 3%. Das heißt, der freie Cashflow sollte normalerweise größer sein, damit dieser Faktor unter 3 liegt. Höchster Wert war mit 32%, wie schon gesagt, im Jahr 2020, wo auch alles geklost war, Stillstand. Aber es geht auch besser im Jahr 2022 mit 5. Aktuell, der freie Cashflow ist nicht so hoch, aber wir haben ja noch zwei Quartale. Da könnte der freie Cashflow wieder größer werden. Wachstum oder Schwumpfung. Die Dividende wurde per Anno um 5% erhöht. Das Eigenkapital um minus 0,01%. Also seitwärts läuft das Eigenkapital. Der Nettoumsatz um 18%. Vom Jahr 19 bis 2023, volle abgeschlossene Geschäftsjahre sind das. Als im neuen Kanal seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Nicht vergessen, Glocke zu aktivieren. Das Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Finanzdaten. Return Equity ist das Eigenkapital. Der Nettoumsatz. Wie viel Prozent hat der Nettoumsatz gegenüber dem Eigenkapital? Da liegen wir mit 18,3% aus dem Jahr 2023. Aktuell liegen wir tiefer. Letzten vier Quartale bei 18,10. Return Asset ist die Bilanzsumme. Nettoumsatz. Da liegen wir bei 7,5% aus dem Jahr 2023. Und Trading 12 Month mit 7,6%. Also, wir liegen hier besser. Das Preis-Sales-Verhältnis mit 0,7% im Jahr 2023. Und aktuell auch mit 0,7%. Da liegen wir unter dem Umsatz pro Aktie mit dem aktuellen Aktienkurs. Das Preis-Buchwert-Verhältnis ist 1,4% und auch aktuell mit 1,3%. Da liegen wir auch über dem Buchwert aktuell. Und auch das freie Cashflow-Verhältnis mit 7,3% liegen wir aktuell teurer. Da der freie Cashflow niedriger ist wie aus dem Jahr 2023. Der aktuelle Kurs ist ca. 60 Euro. Die Marktkapitalisierung ist 138 Milliarden Euro. Das Enterprise Value mit 264 Milliarden Euro. Da ist die Gesamtverschuldung minus dem Bargeldbestand. Das müsste einer bezahlen, wenn er die Firma Total Energy übernehmen möchte. Das aktuelle KGV mit 7,5% auf alle Fälle mal sehr gut. Auch das Verhältnis freier Cashflow aus dem Jahr 2023 auf alle Fälle gut. Aktuell mit 7,3%. Dividendenredite 4,6%. Fünf Jahresdurchschnitte, Earnings per Share und freier Cashflow. Faktor 13, freier Cashflow 10. Auf alle Fälle liegen wir auch hier im Mittelwert. Hier sind wir aktuell im Monatschart. Und im Monatschart sehen wir auf alle Fälle, dass wir unter dem gleitenden Durchschnitt sind. Was auf alle Fälle mal nicht gut ist. Das heißt, die 58,98 muss halten. War hier eine Unterstützungszone. Ist nun auch sehr wichtig aktuell. Hält die Zone nicht, dann sehen wir Kurse von 53 Euro. Die nächste Unterstützungszone war hier. Also, es ist nun sehr wichtig, hält die 59 Euro. Hier haben wir aktuell den Ölpreis. Der ist zur Zeit auch aus dieser alten Seitwärtsrange nach unten ausgebrochen. Da laufen wir zwischen 88 und 71 US-Dollar. Nächste Zone wäre dann die 62 US-Dollar. Hier war es eine Unterstützung, die 62 US-Dollar. Also, nun sehr wichtig, wie schließt der Monat September ab? Und dann auch der Oktober. Gehen wir da rein, ob die 71 wäre gut. Bleiben wir drunter, sehen wir die 62 US-Dollar. Fairer Wert. Ein sehr wichtiger Faktor. Der fairer Wert aus Buchwert und Earnings per Share wäre 91 Euro. Vom Nettozuwachs 161 Euro. Also, wir sehen, wir liegen auf alle Fälle unter dem fernen Wert aus Buchwert und Earnings per Share. Also, unterbewertet. Simulation. Falls das Eigenkapital um 1,8% per anno nach oben geht, die Earnings per Share um 13% in den nächsten Jahren per anno größer werden und der freie Cashflow um 8,8% hätten wir im Jahr 2028 einen fairen Wert von 130 US-Dollar aus Buchwert und Earnings per Share. Vom Nettozuwachs werden es 2,25 und freien Cash für 185. Ich würde mal die 130 herannehmen. Mal sehen, ob es kommt. Auf alle Fälle, wenn das Szenario so eintrifft, haben wir diese faire Werte. Gut wird, hat die Firma auch. Eine Postur mit 9,9 Milliarden US-Dollar. Ist nicht sehr viel. Darum ist das Eigenkapital mit 107 Milliarden US-Dollar immer noch sehr groß. Der Buchwert wäre dann 1,4. Faktormäßig zum aktuellen Kurs. Und der fairer Wert mit diesem Buchwert wäre dann 87 Euro. Hier haben wir den Wochenchart. Und die Wochenchart ist auch sehr wichtig. Hält die 59, hier war es auch mal eine Unterstützungszone, und muss jetzt auch wieder eine werden. Wäre gut. Denn falls nicht, dann sehen wir die 55,77 Euro bei der Total Energy. Und der Ölpreis genau das gleiche. Der Ölpreis war hier auch schon mal bei 63 US-Dollar. Nun ist es auch wichtig. Kann die 63 halten? Wäre wichtig. Oder wir gehen wieder über die 71 hinaus und sind dann wieder in dieser alten Range wieder gefangen. Wäre gut. Mal sehen, was kommt. Auf alle Fälle ist wie immer wichtig, der Monatsschlusskurs, September und dann der Oktober. Bleiben wir drunter. Sehen wir dann die 62 Berl US-Dollar. Fazit. Liebe Leute, der Umsatz konnte gesteigert werden. Der Netto-Umsatz um 95 Prozent. KGV ist sehr günstig. Preissilfe ist sehr günstig. Buchwert liegen wir aktuell drüber, aber ganz leicht. Aber der fairer Wert ist drüber, bei ca. 90 Euro. Das heißt für mich mal generell. Chart-Technik ist es auch sehr wichtig. Bleiben wir über dem gleitenden Durchschnitt oder gehen wir runter, weil der Aufwärtsrend wird dann gebrochen. Alles im Chart detailliert erklärt, wenn ihr das Video komplett angeschaut habt. Das Betriebsergebnis hat sich auch verdoppelt um 106 Prozent. Auf alle Fälle auch sehr gut. Auch das Operate Margin konnte sich auf 15,7 Prozent erhöhen. Und aktuell sage ich mal, wir liegen unter dem Fernwert. Buchwert ist zwar drunter, vielleicht ziehen wir den Buchwert wieder. Generell mal, einfach mal in die Aktie investieren und Dividende kassieren. Fällt der Kurs weiter runter, nachkaufen, aber anhand der Chart-Technik bitte schön, denn ein fallendes Messer kann weit fallen. Und Leute, am Sparbuch wird euer Geld auch weniger wert durch die Inflation. Da habt ihr keine Angst, um Geld zu verlieren. Und bei dieser Aktie bekommt ihr wenigstens eine Dividende. Und die ist sogar leicht finanzierbar aufgrund vom freien Cashflow und von der Earnings-Bashare rein rechnerisch. Also, alles safe. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß am Anschauen.